Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Ja, wir schauen jetzt einfach mal direkt hier in den Item Shop rein. Hier sind nach wie vor die Fußballskins drin. Über die habe ich ja gestern schon geurteilt, aber heute, als ich das gesehen habe, also, sorry, da habe ich nur gedacht, What? Was ist das denn? Ich habe erst gedacht, ich bin im falschen Spiel. Er hat so, what? Ich bin jetzt hier in Lego gelandet oder was? Ja, aber, hä? So, Little Whip. Keine Ahnung, was das Ding hier soll. Sieht auch mega scheiße aus, muss man eigentlich sagen. Aber es sieht richtig kacke aus. Und sorry, Leute, aber wenn jemand so auf der Map rumläuft, dann habe ich ein absolutes Verlangen danach, ihn abzuknallen. Das sieht so unfassbar schlimm aus, dass das Ding von mir nur einen Punkt kriegt. Also, das ist ja wirklich schrecklich. Da ist ja fast hier der Nosekin besser. So, und schauen wir mal einfach hier rein, was hier aktuell... Also, es gibt hier sogar schon eine Bewertung, die in etwa sich mit dem deckt, was ich mir da so gedacht habe. Das ist echt schlecht. Sorry, Leute, aber das ist echt mega. Das ist hier auch 1 von 5 bei einem Vote. Und 14 Reminders. Weg mit dem Ding. Grausam. Dann haben wir den Ice Pop. Buy as a Chifed. So, Harvesting Tool. Also eine Picke. Oh, Idee finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Kriegt von mir 5 von 10. Aktuell noch keine Bewertung da. So, dann haben wir den Ice Cream Cruiser. Was? Was, was, was? Nochmal. Was ist das denn? Ja, einerseits finde ich die Idee ziemlich cool. Andererseits weiß ich nicht wirklich, was ich von dem Ding halten soll. Von mir kriegt der Ice Cruiser Was natürlich auch schon Kacke ist, ne? Es ist, wenn das wirklich, ich weiß ja nicht, wie weit das da runter tropft, aber noch auffälliger geht's ja kaum, aber ähm Also das muss ich mir noch mal angucken, ey. Naja, ich geb dem Ding 7 von 10. 4,5 von 5 bei 2 Votes. Sind wir auch schon mit dem Set hier durch. Die Fußballskins hatten wir gestern schon. Rap Scallion 6 von 10 5, 6, 5 6 von 10 für einen Rap Scallion Alter, Vater, ist das Ding beliebt. Unglaublich. Äh 4,7 8 von 5 Habe ich überhaupt schon mal so so eine krasse Bewertung gesehen. 4,7 8 von 5 bei 46 Votes. 243 Reminders. Das ist ja unfassbar. So, dann haben wir die Clow Sticks. So, jetzt ist der Loop fertig. Der Glow Stick kriegt von mir 8 von 10 ist 8 von 10 und ähm ja, schauen wir mal hier rein. 4 von 5 bei 5 Votes. Ja. Lucky, die Picke. 4 von 10 und da haben wir aktuell 2,9 3 von 5 bei 14 Votes. Shadow Ops 7 von 10 für Shadow Ops 4,2 äh 3,2 von 5 bei 44 Votes. 78 Reminders. Kickups 7 k 5 5 Kick-Ups Kriegt von mir 7 von 10 Hier haben wir 3,17 von 5 bei 6 Volts Und dann haben wir hier Sprinkles Ah, Cycle Model Sprinkles, so sehe dann das Card aus Cycle Model Die Rifle Die Pump Sorry, aber ich finde, das Ding sieht richtig, richtig eklig aus, Sprinkles Kriegt von mir 2 von 10 Schau mal, da ist noch gar keine Bewertung da Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen Schreibt mir was in den Kommentaren, abonniere den Kanal Und schreibt es nächstes Mal wieder an, wenn es mir da ist, Fortnite Daily Shop News Bis dann, tschüss